What the fuck, meine Gun macht klick klack, Rapperschim Optik, what the fuck Moin Leute, was geht? Optik ist wieder back hier für euch am Start und zwar mit Facecam, wie man sieht 2018, ich werde mir auf jeden Fall was zu Herzen nehmen, ich werde ein bisschen fleißiger sein Meine aktuellen Videos werden mit Facecam sein, wenn euch das gefällt, lasst schon mal auf jeden Fall einen Daumen da Und ja, wir zacken auf jeden Fall eine Runde auf die Pralta TDM Ich habe jetzt bestimmt seit, ungelogen, keine Ahnung, bestimmt seit zwei Monaten oder so kaum WW2 gespielt Wenn nur einmal eine Runde oder so, also entschuldigt mir, wenn ich gerade so übelst, fresh fuck schimmel hier Und reden kann ich anscheinend auch nicht Wird auf jeden Fall wieder ein bisschen fleißiger Alter, ich habe 0, ey Alter, ist das fix hier gerade Ey Alter, alter Falter Ich habe keinen Tod, Alter, ich habe 50 Punkte, Mann Ich hoffe natürlich, es wird noch besser, die Round So, let's go Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gut reingerutscht In das neue Jahr Und ich hoffe natürlich, ihr kriegt alles, was ihr wollt Oder macht das, was ihr wollt So, gut, den haben wir fresh weggesneekert Runden, denke ich mal Schalldämpfer drauf Ist nichts im Gegner, Spawn Oh, shit, der wird wechseln Spawn wird wechseln, Spawn wird wechseln Aufklärung in der Luft Komm schon Spawn wechseln irgendwie nicht Wechsel, Spawn Spawn, wechsel dich Oh, Mann, ey Ich habe den absolut nicht gesehen Er gammelt da hinten in der letzten Ecke Frechheit So, falls ihr euch über die Qualität wundert Ich habe, mache das gerade hier Dick Alter, auf entfernt Mit dieser Kack-Waffe, Alter Nuller Prezi, Ease da Okay, vielleicht schwimmen wir mal eine andere Waffe Ja, die ist eigentlich ganz gängig Wir haben eine 2 zu 3, also eine Minus-KD Ist jetzt nicht gerade der sonderbarste Start Wenn man so lange kein Call of Duty gespielt hat Ihr werdet es wissen Muss man immer stark am Ball bleiben Oh, fuck Ach, schreck mich doch nicht so, Dicker Was, Dicker, er schluckt's Er schluckt mehr als seine Mom, Dicker Übertreib Jetzt gehen wir mal hier, Dicker, an seinem G, Alter Ziehen wir seine Aufgabe Komm, komm, Dicker So muss es aussehen, Jungs Komm Was seid ihr so hängen geblieben? Ich bin zur Zeit eigentlich übelst fresh auf Fortnite hängen geblieben, du Ich kann nichts anderes mehr spielen, Dicker Ist einfach episch, dieses Game Auf PUBG freu ich mich auf jeden Fall auch noch Da hab ich auf jeden Fall auch Bock drauf Drohne haben wir am Start Alles raus damit So, wir sind im gegnerischen Spawn, jetzt können wir es auf jeden Fall aufziehen Ich glaube, wir müssen hier einen Schritt zurück So, jetzt gehen wir mal hier runter Nein, die Kradat hat uns noch geholt Aber wir haben es dick aufgezogen, würde ich sagen Oder Es war auf jeden Fall ganz mächtig von mir Holy Shitty Mit die 13, 5 spielen wir gerade Ich hoffe, es wird noch einen kleinen Tick besser Ich will eigentlich die 20 Kills haben Werfen wir erstmal eine Pimmelgranate Das wird es auf jeden Fall ziehen, Dicker Okay, sie wird es nicht machen Kann man mich nicht erinnern, muss man gucken zu Alter, mein Aim mich verreißt halt irgendwie, ganz schön krass Uah, Alter Alter, Falter, hab ich mich jetzt erschrocken, Mann Ich kam Von wo? Da Nee Zack Komm, mein Bruder Boah, Alter, Falter Die ziehen es halt aber richtig auf, du Muss ich jetzt was buchen Shit Ah, Mann Hätte ich mir die Granate nicht selber auf meinen Nacken geschmissen, Dicker Dann hätte ich auf jeden Fall aufgezogen Okay, ich glaube, mit den Siegen wird es nichts Ah, mit den Siegen vor allen Dingen Hallo, willst du mich verarschen, Kappa? Das war voll seine Stirn, Dicker Ja, gut, der hat besser nochmal geübt, Dicker Die kann alles ausweichen Er hat sich anscheinend gerade einen Super Saiyajin verwandelt, Dicker hat mich voll aufgezogen Ja, Dicker, was soll denn der Scheiß? Junge Ja gut, wir haben aber trotzdem gewonnen Also, falls euch dieses Konzept gefällt mit Facecam und so Dann lasst auf jeden Fall ein Like da Und schreibt es mir in die Kommentare, ob die Lichtqualität etwas besser werden kann Oder ob es okay ist Und ich würde sagen, Wiederschauen Und reingehauen ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk